ich hab schon aufgenommen ihr habt ihr jetzt gerade gesehen wie ich mich zum affen mache aber willkommen zu einer runde in der games zusammen mit dem jan und dem post und max ist hier deshalb sollt ihr jetzt alle sein channel abonnieren ja das werde ich bin so ein armer bettler ich habe einfach gar keine abos das nur von meinen freuden okay okay aber das liegt doch vielleicht daran dass ich gerade einen neuen channel gemacht hat aber ja ich möchte ich heiß auf eigenwerbung ich bin geil abonniert ja junge du hast bei mir in einem video einfach eigenwerbung gemacht ja ihr müsst leider jetzt auf seinen channel gucken damit wir es rausfinden tut mir leid ich weiß nicht ob ich das video hochgeladen habe aber ich wollte aufnehmen ich guck mal deinen vater an ich guck mal dein vater an rät mal deutsch ich guck mal wieso werde ich nicht weggek... ach boah da ja ja ein kalle ich fick dich und denke wieder auch kann mir meiner verraten wofür ich fucking flinster ich habe hier gerade ein verjagt ich bin der tollste stimmt eigentlich nicht doch voll das wort ein witz gemacht er ist cool als ob der mich jetzt gerade gewonnen hat tschüss leute nächste runde ja was 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 hast du gesagt ja sie kennt sie kennt sie können ich glaube nicht aber ist egal sondern dann sehen wir uns gleich in der nächsten tschüss ich lass das jetzt ankert das ist jetzt ankert weil die leute dann denken ich bin ein arschloch und mich abonnieren hä wie sollen wir nicht abonnieren wir nur ein arschlöcher mögen wurde bewiesen ich weiß ja nicht ob du arschlöcher magst ey aber guck mal guck mal was da steht und alle torbauer sind sind und jetzt nehme ich extra holzfänner und machen das die Hülow sind gogo nein davor seine mute ist gaga ich bin gaga ich kümmern solche so jetzt mache ich das hier ancut lassen mache ich jetzt schon wieder eine anmoderation war ich das hier ancut lassen aha logik so das war nicht perfekt ich habe schon gedacht ich darf euch jetzt ancut das soll jetzt nicht mehr einfach mal mit ja Leute du bist natürlich ja halt die frasse Aron ich stehe neben dir du Hure Aron du brauchst unbedingt ähm Dinge kommen zu heißen ja das finde ich auch also ja du hast zwei apfel aber zu mir sagst du gut deutsch sprechen ich habe zwei ich wurde wieder zurück in die luft was soll denn ich habe ja nie kompeten als multi macht spaß janni lass mich abbauen ja okay lassen wir alle bäume abmachen ich mach alle bäume ab auto du auch ich mache alle bäume ab du auch als entschuldigung als mull als mull ist das etwa wieso stehen ihr obsidian blöcke die opfer alle bäume ab was ihr auch fast ich meine ich werde schon wieder ich sterb schon von der politik landlos meyer an katou und ich nehme wieder holzweller ja ich bin der coolste ja ich bin der längste ich klo in der bäckerei ja wartet mal ja was ich bin der recht abgängig bei ender games ja warte ich wollte noch mal ganz kurz leute mache ich jetzt mal was leise das ist eine klasse die klappe was ist mama so 321 tschüss wieder zurück hallo da habe ich zwar bestimmt jetzt auch wieder anklang gelassen weil ja ich mich nicht was spiele ich denn jetzt für ein kid ich habe gegenseitig nebenbei ender games und eier holzfelder genau wir spielen kommen das mal das stoppen das wird lustig eigentlich ist gar nicht lustig aber egal ich nehme bei ender games das geht holzfelder ich werde und auch von ender games gekickt lol sie land to play hex 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 land to play hey du hacker du mal sehen wir uns alle beleidigen ha 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 ich werde tauern ihr musa ha 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 ich bin schon 10 soll ich noch rechtschreibfehler rein machen warte warte ich habe an einer ich habe warte mein guter ist ach 10 und hat acht ich habe schon mal eine geraucht nicht so gekauft wie ihr kinder junge das ist einfach nur von ape crime aber egal ja ich weiß macht mal f f 4 plus alt dann kommt ihr die ja wert sagt mein klettergerüst du hast mir nackte frau doch nicht kitts hallorico im schwarze f bin ich trich gb fkk da hat jemand gehackt macht mal f bin ich trich g b f 4 und dann kriegt hier in die ja schwer ich auch zu den dschungelbäumen ich auch ich baue die einfach alle ab ja kommt wird der komplette baum abgebaut können nur eine ja nein der komplette baum wird abgebaut ich traue mich dann einfach ich habe ein steck holz einfach ja gibt es mir auch mal ein bisschen was ab er gibt mal was ich muss weg jetzt meine freunde mann ich bin tot und ich lebe noch ihr opfers ich habe geschrieben ich habe schon geschrieben ich bin schon ich sehen ja auch fast mit zwei es meinte auch durch eine boot was du schon ach mann ich wurde gekickt nein ich wurde gebannt leute ich wurde gebannt was ja jetzt wird vom server gebannt wegen beleidigung doch ich habe beleidigt aber wieso bist du denn im spiel ich weiß nicht wurde gebannt ja ja du arsch ich bin schon zäh in ihr säcke ich habe schon mal geblödet aber du würdest nicht gewahrt nein würde ich nicht mann und wenn hättest du es mir geglaubt für Leid SOL Center Ich bin unten ενέλ quickly zwei f1 h1 h1 h3 h1 hesefeata h3 dm3 hzq1 h3 h3 h鉄 bade hit h12 h3 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 h ich habe schon mal gewicht weh du glaub mir meine truhe weh du da ist einer german smika let's play ja natürlich wir sind doch die stomp of life lassen so ein stomper imperium machen ja richtig viele ist da noch wer gekommen das ist nicht martin das leo wieder macht noch leben wer bist du denn ich bin auch so dumm mann wie kann man so blöd sein wie ich tauern neben wasser hier kommt jetzt gleich jemand und schubst mich runter ich habe mich jetzt ganz hoch und war ein block mit der holz ab was dann passiert ich weiß schon es geht nur abwärts nicht ab aufwärts nicht abwärts die aufnahme gecrasht nein der mater der ist immer willkommen der matthai matthai du hast die aufnahme gecrasht aber funktioniert nicht bei also bei planes ich taue hier einfach was ja jetzt bin ich verschoben worden ja sie schnell dauern du sagt du sagt kannst mir gar nicht sagt ganz wenn nichts denn ich dauern nur kleine missgeburt kann man eigentlich auch mit dnt bauen ich weiß es nicht ich bin auf die ganz dummen tower geraten als du kannst hier oben wenn du das zündet nicht das voll cool das ist voll cool ja warte wir gucken noch die wo ist denn vors was macht auch wieso machst du mit puren birken blöd alter genau lava da drum warte sneaker let's play ist hier drauf jetzt sneaker nein das finde ich mann du blöder border als wir ja ja lutschen ich mache jetzt die coolste taktik ich grab mich einfach ein ja und macht dann tnt hin und dann ja das war gut ist jemand gestorben ja jemand ist durch den jan komm los geht denn noch in tor meine freunde selbstmord anzelt ich habe mich in die luft gesprengt aber nicht die bläck holst du weißt du hast ja nicht von mir gestorben ist nicht von ihm schon alter wert dann hier oben getauert ja und jetzt wirst du so geportet und jemand kommt als sie so da und das lieben bedauern ja junge ich mache so ein format daraus let's play tower sg ja das machen ja letztendlich tower eg erarbeitet der von meinem tun gestorben eben gestorben ja ich nehme jetzt in folge let's play dauer es gehe auch ich muss jetzt gleich auch auf aber vielleicht können wir gleich noch mal alter jahren das wird voll geil also ja dann haben wir zusammen immer einen timer stellen ja du bist aber auch schlau so nehmen so ein wasserloch er ist runtergefallen er ist tot bei wem seid ihr die sache von dem jan ist du der war fast voll iron ich denke mir die sache von dem also da liegen die ersten eisenschwert ne goldhose goldhelm goldapfel eisen chess plate ja ne alter jan jan hinter die ane das frost ja wie krass der andere dem apfel da kämpfen jetzt zwei jahre ich habe mich ein mit zwei es nicht ihr ob fast mit zwei es geht nicht jetzt war doch was ist ja nein du hast ja und wir spielen zauber eg ja leute falls euch das gefallen hat und ihr mehr sehen wollt wo wir das haben dann sehen wir uns bald wieder und ihr leid jetzt einen daumen nach oben da und ja ja gleich warte ganz kurz matthai wir zu die abmoderation machen